Willkommen in Franzensbad, einem traditionsreichen Kurbad in Tschechien. Franzensbad wurde um 1790 als Kurbad begründet und ist ein klassisches Beispiel der Bäderarchitektur des 19. Jahrhunderts. Die prächtigsten Bauwerke findet man an der Kurallee. Hier finden auch regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt. Viele der Bauwerke sind verschwenderisch mit Stuck und anderen Verzierungen ausgestattet und zeugen von der Badekultur einer vergangenen Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020